ich spiele heute slenderman der arrival und ich habe richtig angst also ich habe das spiel noch nicht einmal angefangen für paar sekunden und habe gefühlt schon geheult also ja es ist alles gruselig also muss doch kurz was erledigen meiste da ist hat er tut es auch schon drin also ich muss erst mal wasser rein es ist komplett dunkel mein zimmer ich habe richtig angst richtig angst ich habe so richtig angst man ich trau mich gar nicht weil dieses spiel zu starten ich glaube der weiß warum das ist mit der katze sky darf der kämen spielen kommen kappa also ich hab so angst mann also erst mal müsst ihr sagen ob das sound gut ist wenn ich gleich starte also ist das sound gut also davor war im glaubten unfall gab keine ahnung was es ist müssten tasche lampe finden auf jeden ich habe scheiße sagt ob der sound gut ist ob es zu laut ist oder zu leise ist raus bisschen aber das ist wahrscheinlich mein mikrofon mikrofon ich will auch spielen ja kommt zu mir ne so angst man so angst die musik die ps wird sich laut so headset ich will sich laut jetzt sagt man wirklich ob das sound gut ist also vom spiel hier machen fünf leute drin ich bin feld kappa ok leckte 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 ich habe angst was ist das hier kann man irgendwo rein aber am tag ist ja eh nicht da er sehen und nachts glaube ich da david ist mod von mir das ist dunkel aha moin auto alter ich habe nicht so richtig angst weil ihr dabei bei mir seid habt ihr gerade schritt gehört was wir hier machen hallo gibt es die flächen taschenlampe nein nein warum ist hier ne mauer ich schick's nicht oh nein ist hier dunkel och da sind häuser och junge wie viel kostet ist das spiel 2 euro ist gerade angebot oh mann hier sind schritte 2 euro kostet das spiel ja moin zwei leute sind schon weg ich kann gar nichts mehr machen mich heute gut und helfe fischleiter hat ich probiert alle klöpfe ok ok for sale und stein ja licht brennt für dich geil für sei natürlich erst mal das äußere ok ich bin so mein zimmer ist so dunkel alles schwarz und es ist so laut im headset online die tür ist ich trau mich nicht sorry gibt mir mut gibt mir motivation in diese tür einzugehen geist gibt mir diesen mut kein mut ok merke ich mir mut als soll der wird so du hast du hast das ein schritt gehört von irgendwo aus spiel geschlossen also sei leise was als ob als ob du oh mein gott als ob du ach nein diese atmosphäre guckt hört mal regen regen das ist wie erfasst man vorher nie ich fühle mich wie ein fasst man vorher grad richtig wie fast man vorher auch wenn ich sie gespielt habe ich fühle mich wie fast man vorher eigentlich brauche ich ja nicht warum ich mache es weg oh mein gott ist schwarz oder 嘗 ach ich schließen dass seine man sich durchkommt hier Ok, aha. Ah, ich hab ne Flashlight. Endlich. Aha, ok. Lecker. Oh. Ich grüße. Ich grüße Leo und David. Biosat. Ich hab Biosat. Ich hab Resident Evil Biosat. Habt's schon durchgezockt. Ja, ist schon groß sicher. Am Anfang, aber irgendwann ging's. Och, Digga. Oh nein. Dieses Klavier. Dieses Klavier. Okay, Leo. Aber. Hauptsache mit. Ich hab voll Angst, dass irgendwo hier spawned. Also, dass irgendwo. The Phone. Oh. Ey, hier ist es so laut. Dieses... Ey, ich hab... So Angst. Versteckt euch nicht in die Kommentare. Oh. Alter. Oh. 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 oh mein gott als diesen zeichnungen oh mein gott ich hab gern seit meinem körper ich habe gesagt überall überall mein bein alles es ist echt scheiße gruselig dieses spiel macht mich kaputt ich kann nicht schlafen wenn jetzt wieder dort am mitgang es ist so dunkel ja hört mal auf mit erleicht die spinne nochmals nervt irgendwie schon schreibt was normales rein ich habe kann durchgehend gern sonst ich kann echt ich habe nur also wirklich es ist dieses spiel macht mich so nee nee mein gott das ist scheiße gruselig 96er schule zuschauer es geht was auf haupt was auf mann hofmann wenn du mich irgendwo verarscht wurde irgendwo stand ne tödlich also die empfindigkeit auto oh mein gott ok schlüssel steht irgendwo draußen versteck dich tür hauer jeremy moin muss man nicht die zettel muss doch die zettel sammeln oder nicht ich lösche dieses spiel gleich hey ich habe nur gänse und kann man ja so ein fenster ich habe von angst dass es irgendwo im gang steht guck wie gruselig kann man ja so ein fenster ne ne was ein dummes spiel ah man kann sneaken aha sneaken warum wird die musik so laut der hebt her auf 10 euro wenn du raus gehst der muss wohl raus gehen mir bleibt ja nichts anderes übrig vor allem die tür ich habe angst dass er genau vor der tür steht ich war hier aber ich guck noch mal ich muss wohl raus gehen jetzt ne leute ich muss hier auch machen no jog draußen fühle ich mich echt wohler es ist einfach schön man hat viel platz und man kann wegrennen leicht so ist hoffe ich mal wie macht die taschen aber aus aber ich glaube ich nehme lieber die taschenlampe ja ok leute ich weiß ich lass das mit den komzern ja ich weiß es nicht ist jetzt zum auto ne ich denke eigentlich weiter geradeaus aber da ging es doch nicht weiter ah ja moin junge wind juckt es als ob es kein kind mich juckt ich kann hier nicht weiter ich kann hier nicht weiter warte ich war nicht in der garage oder ja ja gut ich war hier schon die frage ist aber was muss ich jetzt wieder machen oh mein gott fängt so konnte es nicht mit proben sonst um die musik warf ich unruhig also hör auf hör auf hör auf hör auf ich der wo kein englisch konnte ich kann nicht ins auto nein sie ist aus ob man das auto fahren kann es voll verarscht da drin vor ich schwarz aber dieses eklig ist irgendwas am ich gehe den weg entlang welchen weg also hier links geht es nicht weiter so müsste rechts normalerweise oder ich gehe den weg hier durch auf richtig riskant da die spie ist voll dunkel bei euch bei mir ist voll hell also geht wartet kammerin version ist das Aua Aua, Debil Debil Aua Höhöhöh, vielleicht kann ich mit dem Auto fahren Nope Hä? Er ist was schluck, oder? Spielen Aua Mach mal Lampe Ich seh die Shats erst jetzt, aber halt einfach reingespampt gefühlt Ich hör sobald's der Lemon da ist, ich mach Licht, Digga Alter, hat Feuchste Okay, so sneaky Ich hab immer so'n Gefühl, ich hab ihn gesehen Ich hab immer so'n Gefühl, ich hab ihn gesehen Aber bei euch ist das Spiel voll dunkel, ne? Sagt mal, ob's bei euch viel zu dunkel ist Mein Auto Das ist mein Auto Das ist mein Auto Hä? Was? Was? Wo bin ich jetzt gekommen? Also wo Von wo sind wir am an? Von wo sind wir am an? Ich check's nicht Und hier gibt mir mal Bin ich behindert? Ich denke schon Ich denke schon Wo muss ich lang? Der wird alter macht doch auch Mann Da sind überall Mauern Hä? Warte mal Ah Ähm Bin ich pie- Nö Ich spiel jetzt nicht Rainbow Six Ich bahn nicht weg Das kann ich machen Ja Aha Aha Hier ist ein Weg Der Weg Wo Man am Anfang Gefühl gegangen ist Kappa Nämlich bin ich Mhm Ich check es ja immer nur nicht Wie geht's hier gefühlt weiter Dort hinten ist Dort hinten ist Egen Junge hilf's mir mal Ja ich muss kacken alter Das will keiner wissen Geh Fettsack Hä? Junge wo lang muss ich Mann Junge ich bin hier Hier Was ist das Ziel in diesem Spiel? Keine Ahnung ich hab das Spiel noch nicht angeguckt Irgendwann lass ich das scheiß Auto doch fahren Hauptsache der ist nix wo Ich geh jetzt wieder zurück ins Haus Hö? Was passiert denn? Guck mal hier würde ich einfach rein So schön hier rein zu gehen Digga anstatt dass der einfach Da rüber springt Was muss ich jetzt schon wieder hier machen? That's not funny Yes of course Aber ich bin so dumm ich bin nicht mal Alter wie behindert ich bin älter ich bin nicht mal hier irgendwo außen gegangen Weil ich einfach Angst hatte Ich hoffe er steht irgendwo am Fenster Ich hoffe er steht irgendwo am Fenster Also bis jetzt habe ich noch nicht Angst richtig Oder ich hatte halt Angst Ich werde wahrscheinlich einen Katzen finden Ja iso x2 0 Nein die Musik hat aufgehört Nein das ist das bedeuten Ich werde etwas passieren jumpscare Die Musik hat er. Oh, Junge. Oh, Junge. Dieses Spiel. Dude, du musst das Spiel zu Ende halt. Wie besser wir einfach unsere beiden Wege gehen, okay? Tschüss. Oh mein Gott, war doch klar, wo bist du? Das war doch halt wieder so klar. Wo bist du, Mann? Okay. Einmal. Einmal. Einzelnen Chat, wenn David noch da ist. AK Green. Boy. Okay, da ist der nächste Generator. Okay. Einzelnen Chat, dass Leon noch da ist. Leute. Ich bleib kurz stehen. Das Internet. Das Internet. Kack rein. Aha. Aber er sieht mich noch, oder was? Ja, okay. Ich will es nicht angucken. Ich will es nicht angucken. Aber wo kann ich es auch mal angucken, wenn ich es wieder gucken will. Wo stehst du? Der sieht aus wie eine deutsche Kartoffel. Bro, es tut mir leid. Der sieht aus wie eine deutsche Kartoffel. Mann ist hier was. Geil. 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 ein Haus. Junge. Genau das brauche ich jetzt. Mann. Das war ja alles absuchen. Mann. bewegst du dich auch geil jetzt geht der spaß wieder los ein baby weint ich höre flüstern ich höre flüstern einmal bitte erfinden den chat ich höre flüstern also wirklich dieses spiel macht mich bitte f in den chat einfach f in den chat bitte schreibt alle f in den chat ich will nicht hin ich will nicht hin ich war raus genau hier raus als ob ich hier nicht weiter kann okay dann muss ich wohl da vorbeine muss ich wohl da vorbeine ich dumm bin ich jetzt ich tue es ich will sie angucken also nein dicker ich kann ich nein ich muss jetzt vorbeiren ich kann ich nein ich trau mich nicht oh mein gott aber da gibt es die zweite etage kommt man da hoch der ist weg oh mein gott da hinten ist er ich gehe mal dort der ring i don't like it i don't like it oh mein gott wo es sich teleportiert ich will ich will aber trotzdem da rein nee ich kriege jetzt wieder was ok ich nehme es zurück schreibt bitte in den chat ich will nicht allein sein ich muss jetzt wohl wohin wohin muss ich jetzt dankeschön kookside park ja wieder ein haus nee keine haus sind eingang keine ahnung was es ist das gefällt mir nicht diese atmosphäre wie fast nur froh geil wie nur rucksack ja das ist doch gut einfach so ein rucksack man nimmt doch einen rucksack auf was da drin ist find me lauren heiß ich so oder was ach diese musik ich muss kurz was machen oh mein gott oh shit ich muss kurz mein handy einstecken machen wir mal ein bisschen vibriert he came for me why didn't i listened he was right he said this what happened help me he knows how to end this calm when you find me here don't let him in he knows how to end this calm when you find me here don't let him in he aua aaa 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 ach ich dachte schon das spiel wäre zu ende ok es ist ich dachte es wäre tag natürlich ist sie nicht tag weil halt wir sehr klar ja ja es ist jetzt viel schlimmer geworden wahrscheinlich die level es ist viel dunkler geworden ich höre schritte ich höre oh mein gott ich muss wahrscheinlich dort hin zu dem sender ja ok es tut mir leid ich provoziere dich nicht die blöcke schreib doch bitte was rein was nur noch drei leute wer ist alles auch drin die schritte der ich krieg kopfschmerzen es hält noch drin green boy er gesagt ok wer ist der dritte kritisch wenn er es ist so dunkel es war ja okay es ist sehr dunkel die warte kurz ok noch einer Oh mein Gott. Okay, ich stream noch 20 Minuten bis 10 Minuten. Aua, ja, geile Zettel. Okay, was ist das für ein Klopfen? Oh, wenn eine auf der Toilette ist. Ich weiß nicht, okay. Hä? Okay, hier. Nein. Raus. Raus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah shit. Hä? Hä? Aaaaaaah. Okay. Okay. Was ist das? Ja, hier war jemand. Was ist das? Junge. Ja, Zettel. Wolang? Ich geh lang. Ich geh lang. Licht. Bro, hier. Hier. Ich muss dorthin. Nee, ich geh her. Zuerst. Noch mal Licht. Noch eine Page. Die Musik, warum ist sie so eklig? Warum ist die Musik so eklig? Die Musik ist so eklig. Nicht. Ich komme. Es tut mir leid. Kleiner man. Ich glaube, ich muss einfach nichts ausmachen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße. Ich hab mich getäuscht. Ist irgendwo ein Tettel? Oh shit. Oh shit. Rein. Oh shit. Renn. Ey. Das ist voller Auto. Du musst doch gehen. Du musst dich verarschen. AHHHHH! Nein. Jetzt hab ich hier nicht hochkam. Nein. Och Digga. Och Digga. Wo lang? Leer auf mich. Wo geh ich? Ich glaube, ich muss einfach den hier machen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich schwitze. Ich schwitze. Ich schwitze. Ich schwitze überall. Schreib doch was in den Chat, Mann. Ach. Laren. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. ich junge es ist es ist nicht nur mal bitte doch was muss ich tun dass ab haus muss ich alle zettel suchen ich muss irgendwo ein zettel sein oder nicht ich hoffe ich nicht erschrecken Zettel Dad, bist du noch da? Ach komm Digga, ne, mir egal, ich laufe jetzt hier vorbei Ist hier irgendwas? Ja Bro, was habe ich hier getan? Jetzt wirklich, lass mich doch in Ruhe Ich muss einfach nur ins Haus, glaube ich Ich glaube, da bin ich einfach sicher Oh Nein Muss von, kann ich mich Hä Ich werde nicht rausgehen here Is Das ist Hallo Ober Wenn Dann Die 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 Sie 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 Wo muss ich lang? David, green boy, kann ich irgendwo hier hin, aber ich bin so, ganz ehrlich, lass mich nicht, lass dich in Ruhe. Aua, noch mal behindert, ich hab nichts gesehen. Da, da, da. Das letzte, ich glaub, ist hier irgendwo oben. Das ist aber doch hier. Da, da, da. Ich hab Ruhe. Oh. Das war's mit dem Stream. Ich mach morgen weiter. Oh, ich mach morgen weiter. Schöne Landschaft hier. Ja, also haut rein, ne? Ich mach jetzt Schluss. Oh yeah. Ich mach morgen weiter. Das war's mit dem Stream, ne? Moin, moin, ciao, 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 ciao. Oh. Oh.